Ich bin Falk. Ich suche die Liebe. Die einzig große, wahre Liebe. Ja, da hast du ja einiges vorgenommen. Ich hab mir ein paar Fragen überlegt. Ist das okay? Was machst du so beruflich? Ich arbeite bei RuthenSense. Von Haus aus Vermögen. Ich bin Meisterkoch. Ich bin Holzhändler. Ernährungsberaterin. Hast einen Tipp für mich. Weniger essen? Oh. Hast du irgendwelche Allergien? Noch nicht, aber so einen leichten Ausschlag bekomme ich langsam. Was meinst du nur mit Frauenthemen? Ich würde gar nicht auf die Idee kommen, zwischen Männern und Frauenthemen zu unterscheiden. An wie vielen Tagen im Monat sind Frauenfrucht? Da hab ich mich jetzt eher für die unfruchtbaren Tage interessiert. Du bist verwöhnt vom Konsum. Wenn ich jetzt einen Gin Tonic will, der lässt sich dann trinken ohne Gezicke. Und jetzt geht's um Beziehung. Und da willst du ein bisschen Sex, ein bisschen Nähe, aber nicht zu viel. Und du bist ja gar nicht mehr gewöhnt, dass das Konsumgut jetzt auch was zu sagen hat. Jetzt will ein Gin Tonic plötzlich mitreden. Ich bin der Gin Tonic in deinem Beispiel. Was siehst du in meinem Hart? Einen Blumengarten. Meine, meine, das wird ja langsam richtig anstrengend. Was Männer immer rumärmern müssen, echt. Da sollst du mich mal hören, wenn ich krank bin. Ähm, willst du mal Kinder? Hältst du mich für dämlich? Jede Frau, die länger als ein Jahr alleine ist, die Antwort auf so eine Frage selbstverständlich mit einem entrüstet. Nein, ja, das lernt man schon mit der Zeit. Und zwar also ein Jahr. Scheiße. Ja. Wenn du meinen Namen ankreuzst und ich deine Telefonnummer bekomme, dann rufen wir uns nicht an. Wenn wir uns dann irgendwann durch Zufall beim CD-Kaufen treffen oder beim Hautarzt, dann haben wir eine reelle zweite Chance. Ich denke drüber nach. Das ist doch spannend, dass man heutzutage reden können muss, um Sex zu haben. Eifersucht ist gut. Hauptsache keine Gleichgültigkeit. Und tolerant soll er sein, falls mir doch mal ein Ausrutscher passiert. Überraschend. Mich gibt's nicht unanstrengend. Ich bin Herr Abenteuerurlaub, nicht die Pauschalreise. Ich hab mich verliebt. Ich glaub zweimal hintereinander, das geht gar nicht. Ja, jetzt stehen wir vor der Tür. Das war eine sehr schöne Stadt und Reise. Weißt du, ich glaub, dass du ganz arm bist und überhaupt kein Geld hast. Ich find es überhaupt nicht schlimm, aber das passt nicht so ganz zu mir. Tschüss. Haha, reingelegt. Was?